Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich würde gerne noch mal mit dir über das Thema Eindecken reden. Und zwar hier über unseren heimischen Stall. Du hast mir eine Decke geschenkt, die 13 Kilogramm schwer ist und mit der decke ich mich nachts jetzt ein. Dir war es zu schwer fürs Bett. Ja, du hast sie jetzt nur gekriegt, dass du nicht aus dem Bett fällst, weil du ja schon so alt bist und die hält dich fest. Ha, ha, ha. Aber ich finde es echt gut. Also man fühlt sich quasi die ganze Nacht umarmt. Schreckliche Vorstellung. Also wirklich, das ist der Effekt, wie so ein Bleigewand und dann, ha, also man fühlt sich umarmt. Ich habe dir nicht vor, es umarmt dich jemand die ganze Nacht. Toll. Ich finde es toll. Aber ich kann jetzt nachvollziehen, was wir immer gesprochen haben über die Pferde, das mit der Thermoregulierung. Also da... Das ist viel zu warm, oder? Ja, das ist schon so ein bisschen... Also ich werde in diesem Leben keinen Fan mehr von eindecken. Also wenn ich so manche Pferde bei uns im Stall sehe, letzte Woche hat es, ich glaube, 22 Grad gehabt und die Pferde stehen da mit Winterfell und die Decke drauf. Dann denke ich immer so, wenn der Mensch nicht denkt, muss das Tier leiden. Ja, so liege ich jetzt aber jede Nacht im Bett. Winterfell? Stimmt. Jenny, das ist ja der Teaser vor der Sendung am Montag. Wir sagen, was wir vorhaben am Montag. Bevor wir das machen, müssen wir noch einmal ganz kurz über Wintermagic reden. Es gibt nämlich Neuigkeiten. Wintermagic, das ist ja der erfolgreiche Haflinger aus Rheinland-Pfalz, wo wir uns gewundert hatten, dass der zum Verkauf steht. Und Wintermagic, Jenny, hilf mir ganz kurz, der ist ja so, spielt in einer ähnlichen Liga wie der AC-DC auch, oder? Der ist letztes Jahr L gestartet und war da auch sehr erfolgreich. Der ist auch, glaube ich, erfolgreicher als der AC, so insgesamt von seiner sportlichen Karriere. AC war jetzt einmal besser als Wintermagic. Also in Prüfungen, wo wir gegeneinander gestartet sind oder wo das heißt gegeneinander, wo wir gemeinsam in einer Prüfung geritten sind, war AC jetzt einmal besser als der Wintermagic. Ansonsten, glaube ich, ist der Wintermagic ein bisschen erfolgreicher, so insgesamt. Okay, und soll nächste Saison auch in M-Prüfungen starten. Also man kann, das ist so durchaus vergleichbar. Und wir hatten uns ja gewundert, warum steht er denn zum Verkauf? Und wir haben darüber gesprochen in der letzten Folge und ich hatte so ein halbschlechtes Gewissen, dass wir das tun, weil manchmal gibt es ja auch blöde Gründe, warum so Pferde verkauft werden. Aber wir hatten ja schon vermutet, dass es vielleicht einfach so ist, weil die Besitzer von Wintermagic sind Hobbyzüchter. Und naja, Hobbyzüchter verkaufen dann manchmal Pferde. Und der liebe Hans aus Rheinland-Pfalz hat sich gemeldet bei uns und hat das bestätigt. Also kein blöder Grund, sondern ganz einfach Hans schreibt, da wir noch einige bewegungsstarke Junghengste aus unserer Zucht im Stall haben, glauben oder hoffen wir, in Klammern so Tickenzüchter, dass da an Qualität einiges nachkommt. Deshalb muss man auch gut ausgebildete Pferde abgeben. Also das ist der Stand der Dinge und Hans schreibt auch, dass es nicht ganz so einfach ist, einen Käufer zu finden, der auch bereit dazu ist, den Preis zu bezahlen, den Wintermagic ganz sicher wert ist. Und Jenny, ich habe mir gedacht, was können wir tun, um da vielleicht ein bisschen zu helfen? Und sei es mit einem Augenzwinkern, wir sind ein Podcast, was liegt da nahe? Wir sind ja schon geübt in Werbespots. Also wenn wir nichts können, aber das können wir. Das können wir. Und deshalb, an alle, die einen Erfolgshaflinger möglicherweise sich zulegen wollen und noch den Igel in der Tasche haben, mach den Igel daraus. Wintermagic, tolles Pferdchen und hier ist unser Werbespot für ihn. Elegant, kraftvoll, ausdrucksstark, das ist Wintermagic. Wintermagic. Hol dir mit Wintermagic dein sportliches Sommermärchen in den Stall. Wintermagic. Sein Gangwerk rührt Fachleute zu Tränen. Ich habe die Tränen in der Augen, ich kenne Busch, sonst ist er immer auf die Weltkabier. Der Mercedes unter den Hafflingern. Warte mal, Mercedes unter den Hafflingern, das klingt aber auch irgendwie schräg. Warte mal. Wintermagic. Der Ferrari unter den Hafflingern. Wintermagic, du willst ihn, Hans hat ihn. Und das Beste, wir haben Hans' Handynummer. Jenny, wenn es jetzt nichts wird mit dem Verkauf von Wintermagic, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wir kriegen bestimmt Provision. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Wenn wir jetzt vorher gesagt hätten, das gibt genau 5 Prozent, so wie bei so einem Immobilienmakler, dann hätte der Hans bestimmt Schnappatmung bekommen. Nee, ist ja ganz einfach. Die nächste Runde Bier auf unseren Sieg gibt der Hans einfach aus, oder? Genau, aber vorher muss er natürlich verkauft werden. Übrigens, du hast dir den Werbespot, der jetzt genau angehört und ich habe es dir ja eben gerade schon verraten, aber man könnte da noch so ein Radiospiel draus machen, so nach dem Motto, das geheimnisvolle Geräusch. Nämlich dieses, das letzte Geräusch in dem Werbespot. Was war das? Ich habe es dir verraten, deshalb ist es blöd, jetzt dieses Spiel mit dir zu machen. Glaubst du, man kann draufkommen? Ja. Meinst du? Ja, das war ich bannisch. Ein kleiner Hinweis. Jenny, wir haben ja auch noch eine Sendung vor der Brust am kommenden Montag. Was ist der Stand der Dinge? Bist du nach wie vor willens mit dem Klecks auf ein Turnier zu gehen? Oh, mal mehr, mal weniger. Das ändert sich stündlich. Heute würde ich sagen, ja, ich fahre. Gestern hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Aber heute war er wieder ein Träumchen, der Brownie. Also der aktuelle Stand ist, du gehst mit Klecks aufs Turnier. Höchste Zeit, dass wir in der Folge am Montag das Interview mit Professor Dr. Katrin Schütz senden. Da geht es nämlich um Wettkampfangst. Wer am meisten davon hat? Männer, Frauen, Dressurreiter, Springreiter und wie man seine Wettkampfangst am besten überwinden kann. Das ist ja dein großes Thema, die Angst vorm Wettkampf. Echt? Nee, oder? Habe ich nicht. Ich weiß. Du bist ja, genau. Du bist ja Icewoman. Trotzdem finde ich, wenn es dann jetzt schon so wieder losgeht in Richtung Turniersaison, kann nicht schaden. Viele Menschen treibt es um. Ein sehr spannendes Gespräch. Professor Dr. Katrin Schütz mal wieder zu Gast im Pferde-Podcast. Mehr über den Stand der Dinge bei Klecks und natürlich auch bei ACDC, dem jungen Haflinger, hört er dann in der Sendung am Montag. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.